Ich verwende die Produkte seit sieben Jahren, also acht Jahren, jetzt weiß ich schon gar nicht, ob ich ein anderes Unternehmen bestehe und bin eine begeisterte Anwenderin und habe auch in der ganzen Zeit erlebt, dass meine Haut sich verbessert. Ich habe eine extrem empfindliche Haut, bin jetzt 56 und habe bemerkt, dass die ganzen Jahre durch dieses Produkt meinen Feuchtigkeitshaushalt sich enorm verbessert hat, meine Haut nicht mehr so empfindlich ist, auch nicht mehr so sonnenempfindlich. Ich bin durch Zufall zu Kumari gestoßen und das ist sehr lange schon her, war von Anfang an wirklich begeistert von den Produkten, habe dazwischen natürlich auch mal was anderes ausprobiert, bin reu, glaube ich wieder zurückgekehrt und ich bin nach wie vor begeistert, wirklich gestört durch die typischen Billigprodukte mit Mineralölen und habe auch was gebraucht, was meine empfindliche trockene Haut wieder aufbaut. Und zusätzlich habe ich mit dem Magen sehr viele Probleme gehabt, immer wieder und das Einzige, was mir dann eigentlich sehr geholfen hat, war das Trinkgel zu trinken und da merkt man richtig, das wirkt innen und außen. Also ich habe so Vorteil, dass meine Haut nicht mehr so trocken ist, also wenn ich mich jetzt für ein Produkt entscheiden müsste, wenn ich das nicht mehr leben darf oder könnte, dann würde das Trinkgel sein. Das hat einfach mein Leben im Positiven sehr verändert und ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Jetzt aktuell, ich habe schon wieder einen Urenkel bekommen letzte Woche und die kleinen Babys haben scharfe Nägel und der hat sich gleich am ersten Tag aufgekranzt und meine Enkelin ist also der hat informiert, Kumari steht bei uns immer und überall, warum und sie hat ihn sofort eingeschmiert mit der Logen, es ist sofort weggangen und sobald der es wagt sich aufzukrotzen, hat er schon eine Logen drauf und es ist weg. Also bei uns wird Hunde, Katz, Kind, alles mit Kumari behandelt, automatisch und es ist was Gutes. Warum Kumari? Weil die Barbara hat mich zu Kumari gebracht und ich bin ihr wirklich sehr dankbar, weil meine Hohen dadurch wirklich innerhalb von wenigen Wochen viel kleiner geworden sind und ja ich liebe einfach auch diesen Geruch von dieser Relief Lotion und die Entzündung, die ich jetzt vor kurzem einmal am Kinn gehabt habe, ist durch die Relief Lotion total schnell weggangen. Also das ist für mich schon eine Überzeugung genug gewesen. Kumari ist einfach eine wirklich ganz ganz ehrliche Naturkosmetik und es ist eine österreichische Firma und das muss man unterstützen und ich kenne die Besitzer und da kann man nur, also ich verwende es seit Jahren und bin absolut zufrieden. Und zu der Frage, warum Kumari, weil ich selber so ein begeisterter Kumari-Anwender und Verwender bin. Mein Einstieg war schon vor fünf Jahren mit dem Aloe-Saft, weil den habe ich getrunken, um meinem Magen was Gutes zu tun und du bringst heute den Amos auch täglich. Ein großes Wohlbefinden, also ich bin halt ein, also für mich gibt es gar nichts anderes mehr außer nur bei Kumari, ja. Und es zieht wunderbar ein und es fühlt sich gut an und es macht mich glücklich, es gehört einfach zu meiner Lebensqualität dazu. Danke.